hey leute was geht ich bin euer qp willkommen zurück auf meinem kanal es geht weiter mit der werder bremen karrieremodus wir werden ja mal eben kurz im kalender gucken bevor seine chemise league los geht gegen arisen spielen gegen leipzig spielen wir enden das jetzt ein bisschen gegen union und zska oscow bevor sie in der nächsten folge in die letzten spiele der hinrunde geht das sind die vier spiele die wird über die highlights rein schneiden und nicht mehr spiel vollkommen durchlaufen lassen die ganz tore highlights kommen da rein dann sehen wir uns nach dem ersten spiel wieder nach den highlights vom ersten spiel gegen arisen bis gleich viel spaß mit den highlights in der nächsten spiel Life is finished! Bruh! 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 So, da sind wir nach den Highlights wieder im Kurzraumspiel vor Leipzig. Wir konnten 1-0 gewinnen gegen... Arsene Hilde. Unser Jungs... Spaliano. Seher hat uns den Sieg. Ja, jetzt geht es gegen RB Leipzig. Wo stehen die denn? Wir sind definitiv Tabellen 9er. Leipzig ist fünfte. Wir sind noch so richtig gewinnen, wenn wir oben dran bleiben wollen. Hm. Ja, dann gibt es jetzt davon die Live... Highlight. Das sehen wir uns gleich wieder. Wir sind noch so richtig. 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 Jep. To hold the powers of the sun. Come on. Oh, ha. Oh, latte. jetzt aber so wir sind wieder da wir haben gegen leipzig 3 0 gewonnen konnten auf platz 7 hochschrauben das nächste spiel gegen union berlin ich hoffe das wird genauso spielfrei wir haben lange nicht mehr gewonnen das will wenn du jetzt viel spaß mit der highlight gegen union berlin gleich ja 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 so wie konnten wir gegen union berlin für uns entscheiden der reizung wir gewinnen wir es genau einmal in die chemise liegt in dieser folge nächste folge geht das dann jetzt spiele vor der winterpause in den neuen transfers und eventuell ein zwei spiele mal gucken wir sind und feiern wir können hier wir sind Tabellenführer gucken letztes gruppenspiel dann ist die folge auch schon vorbei sehen wir uns gleich nach den highlights wieder und auch mit damit wieder viel spaß da ist das erst gegentor großschock werder und kein Ui 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 Franks hier nicht genutzt Ui 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 U 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